also ich fange es mal ganz chillig an das passt auch zu meiner nicht kaffee woche die habe ich jetzt hinter mir ich weiß nicht ob ich allgemein meine geschwindigkeit beziehungsweise mein mein verhalten langsamer ist entspannte oder ganz normal ich habe wirklich woche jetzt keinen kaffee getrunken und heute gibt es jetzt alles im schnelldurchlauf heute bevor das losgeht dann mein beutel ein knoten ich glaube immer die beutel im auto zu die tüten schon mal im hotel also in innsbruck gesagt wo ich im urlaub war in österreich ich möchte gerne beutel oder eine tüte das haben die nicht verstanden die wollten wussten nicht was ich meine ich habe das sagt ich möchte ein beutel in der tüte was zum einpacken die wussten es einfach nicht sagt mir es sei nach vier geschätzten gefühlten 45 minuten a sakka packer ja das war ein junger jungen habe ich halte mit meinem beutel mit meiner tüte komme ich dann leider ist es ist schon sehr frustrierend meine eigenen knoten aufzuhören zu bekommen ja was machen wir machen speed auspacken ja einfach ganz schnell einmal dinkelbrot ihr könnt ja stop drücken das gibt eine stopp taste leberknötelsuppe mühlen mit hohes t-vitamin d sonnenvitamin öfters gekauft für die nudeln ein toskaner kräuter soße nudelsoße knoppers in 10er pack 2 4 6 8er pack himbeeren delicious himbeeren mit risskolls babybelts schinken zwiebel mädwurst feldschulässchen oktoberfestbier paulano oktoberfestbier paulano oktoberfestbier paulano gösser radler 0 prozent leider verwechselt greifensteiner c&a bier Siri drántlich frau Cold x Elise tisch 2 9er packה Felschlösschen pilsner paulano rateberger rateberger Müllermilch Smoothie Stachelbeere Groß Smoothie Klein Orangen Trüffel für die Nudeln mit zum Reinmachen, weil da gönnt sich ja sonst nichts Smoothie Groß Stachelbeere Göser Null Prozent Smoothie Klein Orang Oktoberfestbier Pallana Reideberger Göser Zna Bier So, das war's Das war ein kleiner Einblick Vorgeschmack auf einen kleinen Männerabend Ja, nichts Besonderes Ein bisschen Bier Ein bisschen Essen Schauen wir mal Wie wir über die Woche kommen Das war's Mit dem Schnelleinkauf Ja, und ein Packen Ganz wichtig Nicht zu vergessen Ja, Wasser Sixpack In dem Sinne Mr. Isis raus Einen schönen, wunderschönen Guten Zwieback Morlock Natürlich Tschüss Och Tschüss Tschüss Schön Herr